Ja, dann wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Anneliese lässt uns hospitieren, technische Analyse mit Thorsten Helbig. Mein Name ist Nelze Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor ich tatsächlich jetzt an den Thorsten übergebe, müssen wir einmal obligatorisch uns den Risikohinweis anschauen. Bitte diesen lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist aber, glaube ich, schon bei den meisten hier schon bekannt. Wenn ich den Namen lese, hier sind ja schon einige, schon ein paar Mal dabei gewesen. Da freue ich mich natürlich, dass Sie auch heute wieder dabei sind und dann auch Thorsten live auch Fragen stellen können. Das Webinar wird aufgezeichnet und dann auch, wenn alles klappt, so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt. Und Thorsten dann auch nochmal offiziell. Herzlich willkommen. Danke, dass du mit uns das Webinar heute machst. Da bin ich sehr gespannt bei diesem Titel und übergebe jetzt den Bildschirm und wünsche viel Spaß. Okay. Lass doch den Bildschirm nochmal ein bisschen. Ich finde das immer gut, wenn die Leute den Risikohinweis lesen. Dafür haben sie jetzt Zeit bis 18.55 Uhr. Wenn ich mit meinen Nachbarn auf der Straße verabrede, die trinken den letzten Maybock. Und die trinken schnell. Wenn ich jetzt kein Gas gebe, dann kriege ich nichts mehr ab. Okay. Jetzt muss ich aber erst mal schnell. Zack. Erst mal so. Okay. So. Ich glaube, ihr dürftet eben meinen Bildschirm sehen. So ist das. Eins. Vorne weg. Ja, erst mal. Guten Abend. Sagt man doch so, oder? Oder? Man hat sich zwischendurch mal beschwert, dass ich immer Moin sage. Das ist immer, weil ich aus früheren Zeiten immer nicht weiß, bin ich gerade aufgestanden oder bin ich jetzt zum Hinlegen. Ich bin beide Male müde. Ja, ich mache heute Abend Webinar. Fußballunterricht mit Nelson. Nein, Quatsch. Also, Anneliese lässt uns hospitieren, ist das Thema. Und ich will auch gar nicht so lange rum eilen, weil ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was macht man mit so einem Thema? Und habe mir ja mal so ein, zwei Sachen angeguckt, drei, vier vielleicht auch, was so üblich ist, so in der Branche. Wie analysiert man? Was analysiert man? Was ist technische Analyse? Man liest so viel von technischen Analysten. Und das Blöde ist ja, also alles, was ich hier sage, bitte nicht falsch werten. Es kann auch mal passieren, dass ich Scheiße sage oder so. Sorry dafür, schon mal vorneweg. Aber alles, was ich hier sage, ist meine Denkweise und meine Herangehensweise an die Börse. Ich habe, auch wenn das unter dem Thema steht irgendwie, ich habe von technischer Analyse, das, was ihr als technische Analyse versteht vielleicht, habe ich, ich will nicht sagen, gar keine Ahnung, aber wenig Ahnung. Weil ich komme nicht aus dem Bankgeschäft, so wie die Jungs von FX Flat oder von anderen Brokerhäusern oder so, oder wie viele vielleicht auch die hier dabei sind und sich so einen Abend anhören, sondern ich komme vom Bau. Und das ist eins, was ich auf dem Bau gelernt habe, logisch denken. Das heißt, wenn ich meinen Jungs ein Bier gegeben habe, wurden die logischerweise schneller. Oder wenn ich denen die Kiste Bier hingestellt habe und habe gesagt, so, wenn ihr mit der Mauer fertig seid, dann kriegt ihr das Bier. Dann war für mich logisch, dann sind die schneller fertig. Also, ich gehe an diesen ganzen Markt mit Logik ran und wir haben vor zwei Jahren oder vor eineinhalb Jahren mit unserer Truppe, mit unserer Community von Forex Pro Systeme, haben wir vor eineinhalb Jahren mal angefangen, sich uns mit diesen Analysewegen, mit diesen Analysepraktiken, mit denen ich mich befasse, oder so, wie ich da rangehe, mal auseinanderzusetzen. Aus diesen Analysewebinarien, was die Anfänge waren, was das erste war, womit wir gestartet sind, ist, oder haben wir noch genannt, Analysewebinar. Ja, dann kam unsere liebe Uta aus unserer Community, ich glaube, die gute Frau, die kenne ich jetzt schon inzwischen fünf Jahre oder sechs Jahre, also aus der Community, kamen jeden auf die Idee und haben gesagt, Mensch, Analyse klingt immer so streng und wann machen wir denn, warum machen wir denn daraus nicht die Analyse? Analyse. Und daraus ist unsere Analyse entstanden, wie ihr hier auch seht und Analyse bringt unseren Leuten bei, wie man sich die Märkte betrachten kann. Soviel dazu. Wer sich ein bisschen mehr mit uns befassen will und wer unsere Figuren oder so, die wir uns entwerfen oder zeichnen lassen, was man da noch nicht kennt, der kann sich gerne mal mit den IB Days befassen. und dort gibt es die Geschichte vom Grübli und vom Stressi und vom Kuli. Die kann man sich dort mal runterziehen, dann weiß man ungefähr, wie wir denken. So, nur sagen wir, okay, Analyse lässt uns hospitieren. Analyse lässt uns hospitieren, jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, oh, jetzt geht es gleich los, jetzt macht er gleich eine Riesenanalyse und sagt uns gleich, wo Gold im Jahr 2025 am 18. Oktober namenatt steht. Nee, das tut er nicht, sondern der Vogel, den ihr ja gerade hört, der wird euch lediglich einen Querschnitt verschaffen oder wird euch mal einen Einblick geben, grobe Richtung, wie man sich überhaupt mit diesem Thema Analyse beschäftigen sollte. Weil die ganzen Themen, wie man analysiert, womit man sich befasst, die haben wir schon mal auseinander gepflückt und die könnt ihr euch dann gerne anschauen, kommen wir aber am Ende dazu. Das heißt, Analyse lässt uns hospitieren, heißt für mich, ich will euch einfach mal die grobe Richtung zeigen, was man machen kann. Das heißt, ich habe gerade von dem Grübli gesprochen. Der Grübli, der sitzt zu Hause und ihr könnt jetzt ruhig einer nach dem anderen hier irgendwas zurechtlügen hier. Ist mir völlig Banane, ich weiß ja, dass die meisten nicht die Wahrheit sagen. Die meisten sitzen genau so zu Hause. Warum sitzen sie so zu Hause und warum sitzen sie so vom Schirm und arbeiten so? Weil sie irgendwo mal ein Handelssystem für 75 Euro bei Coach A gekauft haben und dann eins für 76 bei Coach B und dann eins für 78 bei Coach C und alles muss man dann irgendwie zusammenschmeißen, weil A, B, C ergibt ja dann schon mal den Anfang von dem großen Alphabet, dann machen wir das große Geschäft. Und genau deswegen sehen die meisten Charts genau so aus. Und bei dem, bei wem sie nicht so aussehen, wie ihr seht, das Bild ist schon ein bisschen älter. Ich meine, dass der Euro bei 1,39 gewesen ist, das ist schon ein paar Tage her, aber das ist ein altes Chartbild von mir, weil der Grübli, der bin ich gewesen nach dem Stressi. Wer das nicht so bunt hat, so wie das hier aussieht, seht ihr überhaupt meinen Bildschirm? Ja, funktioniert alles. Ja, okay. Okay. Danke. Wer das nicht hat, der hat wenigstens so einen Bildschirm und hat da irgendwie auf, im Extremfall auf einem 11 Zoll Netbook, hat er dann irgendwie vier Charts offen, weil er mal irgendwo gehört hat, fünf Minuten ist wichtig, 30 Minuten ist wichtig, Stunde ist wichtig und Daily ist wichtig. Und dann hat er davon vier Chartbilder offen, das hat er nach Möglichkeit vom Bobble, Bobble, das hat er vom Euro, das hat er vom DAX, das hat er vom Dow Jones und das hat er vom Fund Yen. Und dann hat er schon mal 20 Chartbilder offen, wundert sich, dass das Ding nicht läuft und wundert sich vor allen Dingen, dass er überhaupt nichts versteht. Und dann fängt man an und sagt, okay, ich fange mal an zu analysieren. Analysieren, das tut der Vogel hier. Und da sind wir schon bei dem Thema Analyse. Der Vogel hier, der Kuli, der hat einen festen Plan. Und diesen festen Plan, der hat er sich mit wenigen Mitteln, so wie ihr das Chartbild hier seht, hat er sich dieses Bild mit wenigen Mitteln hart erarbeitet. Der ist nämlich zuerst mal in die Basics gegangen und hat ganz, ganz tief unten angefangen. Ganz kurze, ganz kurze Frage und wer die Finger frei hat zum Tippen und nicht die rechte Hand jetzt irgendwie am Bier, am Hefeweizen am Schreibtisch hat und mit der linken Hand vogelt, der kann hier ruhig mal schnell eine Antwort reintippen. Was heißt für euch Analyse? Was ist für euch bei einer Analyse wichtig? Wenn ihr euch hinsetzt und handelt und wenn ihr analysiert, warum macht ihr das? Welche Betrachtungsweise habt ihr? Was ist für euch wichtig? So, Trends erkennen, GWL, was auch immer das heißt, Marken aus dem Chart herausarbeiten. Carlos, du warst bei mir im Seminar, ich weiß wovon du sprichst, dass ich mir gute, günstige Einstiege bekomme, hohen Tiefpunkte ermitteln, Trendrichtung, Festlegung des Trends, wohin kann es gehen? Marken ausarbeiten. Man merkt hier sofort, wenn ich das hier so lese, habe ich einen Trend aus der Vergangenheit in die Zukunft ermitteln. Ja, das können nur die Portugiesen. Carlos, du bist jetzt nicht gemeint, ich meine jetzt Paolo. Die können in die Zukunft, aus der Vergangenheit in die Zukunft ermitteln. So nach dem Motto, Herr Doktor, Herr Doktor, ich kann in die Zukunft schauen. Wann hat er so einen gefunden? Nächsten Donnerstag. Also, gehen wir ein Stück, ah, GWL, Großwetterlage, hast du bei mich ja geklaut. Also ich mache das, um zu wissen, wo der Kurs hingehen könnte. Datenermittel, übrigens habe ich keine Hefe daneben, sondern Sauermilch, Heidelbeere. Ach du Scheiße, würde ich einen Arzt wechseln. Also, was ist eine Analyse? Ich muss doch erstmal viel, viel tiefer gehen. Wir betreuen über 1200 Kunden inzwischen. Also, die betreuen wir nicht mehr aktiv oder wir haben 1200, 1250 Kunden. Davon sind gut die Hälfte irgendwie noch aktiv im Markt. Auch bei uns bricht ein Teil weg oder hört mal auf oder betreibt es nicht so intensiv. Unter aktiv meine ich ja aktive Händler. Ich muss ja erstmal gucken, was ist eine Analyse? Was ist das überhaupt? Man setzt sich hin, man zieht eine Trendlinie, man zieht einen Kanal und sagt, okay, da geht er hin. Das ist meine Analyse. Heute hat jemand bei uns im Blog, wo ich meine mittelfristige Analyse für den Euro geschrieben habe, hat jemand dann was reingeschrieben. Wer uns kennt, der weiß, dass wir kurzfristig handeln, dass wir im 1-Minuten- und 5-Minuten-Chart unterwegs sind und maximal im Stunden-Chart uns die übergeordneten Marken irgendwo ziehen. Wie wir das machen, kommen wir noch zu. Hat doch heute tatsächlich einer als Kommentar in unserem Blog geschrieben, ich sehe das so, von 2007 bis 2011 ist er da hingegangen, dann ist er wieder runtergegangen, dann ist er wieder hochgegangen, dann ist er wieder runtergegangen. Das ist natürlich auch so ein Monatschart. Okay, ich handle nicht im Monatschart und ich gucke auch nicht bis 2007 zurück. Eine Analyse ist eine systematische Untersuchung. Eine systematische Untersuchung kann ich anstellen, indem ich das Marktverhalten zum jetzigen Zeitpunkt ermittle. Mir nützt es überhaupt nichts, das Marktverhalten oder das Verhalten der Händler im Markt von 2007 zu ermitteln. 2007 kenne ich noch, da hatten wir im Euro-US-Dollar eine Handelsspanne am Tag so von 25, 27 Punkten. Wenn er 35 Punkte gemacht hat, habe ich mir gedacht, scheiße, das ist ja heute volatil. Irre. Euro Pfund habe ich damals gehandelt, der hat 11 oder 12 Punkte am Tag gemacht. Da konntest du dir vor allem einen Punkt, zum anderen konntest du dir ein Bier holen. Wir haben heute ganz andere Zeiten. Also es hat überhaupt keinen Sinn, heute dahin zu schauen für den heutigen Handel. So eine Analyse ist eine systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt oder Subjekt in Bestandteilelemente zerlegt wird. Also Objekt oder Subjekt gehe ich jetzt von der Plattform aus, nicht von meinem Partner oder von der Partnerin. Wenn er die zerlegt, gibt es Ärger. Macht auch keinen Sinn, funktioniert hinterher nicht mehr. Und diese auf Grundlage von Kriterien erfasst werden. So, das heißt, ich zerlege ein Objekt, nehmen wir mal unseren Chart, nehmen wir mal einen 5-Minuten-Chart und den zerlege ich jetzt in seine Bestandteile, bestimmte Zeitebenen, bestimmte Zeitabschnitte. Die Zeitabschnitte ergeben sich logischerweise aus bestimmten Bewegungen. Die Länge der Bewegung, die Länge einer Aufwärtsbewegung, die bestimmt dann auch den Zeitabschnitt, in welchem ich das Ding betrachte. Ganz kurz gefasst. Anschließend werden diese geordnet, untersucht und ausgewertet. Ich nehme mal so ein klassisches Beispiel, ABCD. Wer in der Schule war, und das waren hoffentlich hier die meisten, wer in der Schule gewesen ist, weiß, ABCD ist Bewegung A gleich B. Bewegung C und Bewegung B gleich Bewegung D. Übrigens habe ich gestern gerade gelesen, man hat das ABC jetzt alphabetisch angeordnet, damit man besser damit zurechtkommt. Gut, ne? Ich habe das bei mir auf der Tastatur mal probiert. Ich habe mal die ganzen Dinge abgenommen, habe die mal umgepackt. Also da oben links, wo das Q ist, habe ich da das A hingepackt und dann das B, damit ich das besser finde. Hat aber auch nicht funktioniert. Also, nehmen wir mal hier, bei der das untersuchte Objekt oder Subjekt im Bestandteil Elemente zerlegt und diese auf Grundlage von Kriterien erfasst werden. Anschließend werden diese geordnet, untersucht und ausgewertet. So, wenn ich das an diesem Beispiel mache, ABCD, A gleich C und B gleich D, nehme ich Bewegung A, warte Bewegung B ab und lege dann A auf C, habe da das Ziel und lege B auf D und habe da das Ziel. Okay, das ist genau damit gemeint. Aber in diese Richtung muss ich doch erstmal denken, muss ich mich überhaupt erstmal damit befassen und sagen, was ist überhaupt eine Analyse? Ich finde es immer geil, wenn ich die Leute anrube und sage, wie kommst du auf die Marke? Was erzählst du mir da? Wie kommst du jetzt auf, oder fragen mich ja auch Leute, wir haben im Moment die 1,1950, die 1,2070, ich habe im Moment auch den Deckel im Euro-S-Dollar. Ja, wie kommst du dazu? Dann so, ja, hat meine Analyse ergeben. Ja, wie hast du das analysiert? Ja, dafür habe ich Indikatoren. Ja, okay, woher hast du die Indikatoren? Ja, habe ich gekauft. Super Analyse. Super Spiel, super Analyse. Gekaufte Indikatoren irgendwo drauflegen und die sagen dann, da geht es hin. Nein, Blödsinn. Analyse heißt eine systematische Untersuchung, das heißt das, was ich machen will, zerlegen bis ins kleinste Detail. So arbeitet man in jedem Gebiet, auch in der Wissenschaft. Insbesondere betrachtet man Beziehung und Wirkung, oft Wechselwirkung zwischen den Elementen. Genauso ist Bewegung A zu Ende, kommt Bewegung B, dann kommt Bewegung C und wenn A gleich C ist, dann weiß ich genau, dass die Händler, die nach A, A, B, C, D handeln, weiß ich genau, wo die bei, wenn Bewegung C läuft oder gelaufen ist, wo die ihre Position glatt stellen. Das heißt, die Wechselwirkung dazu ist, die einen, die kaufen nach unten und die stellen dann oben wieder glatt und dann kommt das Ding logischerweise zurück, kann ich ganz entspannt meine Position halbieren oder auch glatt stellen. Wozu eine Analyse? Wechselwirkungsanalyse. Eine Prognosetechnik, die versucht, Zusammenhänge zwischen verschiedenen zukünftig, in Klammern möglicherweise, auftretenden Ereignissen darzustellen. Das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen aus der Vergangenheit gucken, wo geht es in die Zukunft hin. Ich brauche in die Vergangenheit nicht 2007 gucken. Das ist Blödsinn. Aber wenn ich mich innerhalb einer bestimmten Bewegung, in einem bestimmten Bewegungszyklus befinde, sagen wir im Stundenchart, dann lohnt es sich schon mal, auf den Fünf-Minuten-Chart von gestern zu gucken. Um dann zu gucken, okay, da haben wir eine Bewegung, da haben wir eine Korrektur und dann haben wir eine Bewegung, um rauszuziehen, was möglicherweise in Zukunft, also heute Vormittag oder heute Nachmittag, ne, heute Vormittag ist ja schon durch, morgen Nachmittag eventuell auftreten könnte. Grundlagen für unsere Analyse. Fangen wir mal bei den Basics an. Jeder, der irgendwo analysieren will, der sollte sich erstmal hinstellen. So habe ich es jedenfalls am Anfang gemacht. und ich bin jetzt inzwischen irgendwie, glaube ich, das zwölfte oder dreizehnte Jahr irgendwo am Markt und auch, glaube ich, nicht inaktiv. Wer das macht, der sollte sich erstmal einen Plan machen. Wenn man, was heißt ein Plan, wie vergleiche ich das jetzt? Okay, ich gehe jetzt abends in die Disse und lerne zwei Frauen kennen. So, dann gehe ich nach Hause, habe bei beiden Pech gehabt und dann muss ich, habe bei beiden gesagt, ich rufe euch die nächsten Tage an, also stelle ich mich zu Hause hin, mache mir hier eine Flipchart und dann mache ich eine Flipchart und mache dann Für- und Widerpunkte, Plus und Minus. Und genauso sollte ich es hier machen, ich sollte mich hier hinstellen, wenn ich irgendwas analysieren will und jetzt mal gucken, welche Märkte bevorzuge ich. Ich brauche dazu niemanden, der mir irgendwie sagt, das machst du jetzt, das machst du jetzt, das machst du jetzt. Ich brauche dafür keine Börsenbriefe oder sonst irgendwas. Es sei denn, ich bin bei Forex Pro-Systeme, dann ist die Richtung klar. Da gibt es nur den DAX und den Euro-US-Dollar und dann haben wir das eventuell in DAU. Aber mehr gibt es daher nicht zu holen. Also, ich muss erstmal gucken, für mich, für meine Analyse, welche Märkte bevorzuge ich. Da geht das Theater schon los. Ich brauche ja diese Analyse schon, bevor ich überhaupt in den Markt gehe, mich für irgendein Unternehmen entscheide. Ich brauche nicht zu FX Flat gehen, wenn ich Optionsscheine handeln will, hoch und runter. Ich brauche nicht zu einem Market Maker gehen, wie, ich sage jetzt mal kein Beispiel, sonst kriege ich wieder Datenschutzverordnung. Neue Datengrundschutzverordnung oder wie das irgendwie heißt, der blanke Wahnsinn. Ich brauche zu bestimmten Brokern nicht gehen, wenn ich Future handeln will, weil Future brauche ich oder Future kann ich nicht. Future ist nicht mein Ding. Oder der Broker bietet gar keine Future an, dann brauche ich da auch nicht hingehen. Also, man muss ja als erstes gucken, welche Märkte analysiere ich oder welche Märkte bevorzuge ich, welche Märkte würde ich handeln. Wenn ich was richtig Volatiles suche und bin im Fundien eigentlich für meinen dafür haltend fit und ich kann Fundien, dann bin ich bei Forex Pro Systeme, die in Euro, S-Dollar handeln, bin ich falsch. Wenn ich in Euro, S-Dollar handel und komme auf so eine Bude, die Fundien handelt, dann bin ich dort falsch. Sondern wenn ich mir jemanden suche, wenn ich merke, okay, der Typ, der Broker, der Partner gegenüber, der gefällt mir, dann muss ich doch gucken, bietet der das überhaupt an. Ich brauche nicht in ein Radiogeschäft gehen oder ich brauche jetzt nicht in den Mediamarkt gehen und nach Kondom fragen, bloß weil der Verkäufer da so nett ist. Das ist Blödsinn. Ich gehe ja auch dahin, weil ich irgendwie einen Fernseher oder eine Satzschüssel kaufen will. Genauso ist es hier. Das heißt, ich muss für mich erst mal, für mich selber, mich selber als erstes analysieren. Welche Märkte bevorzuge ich? Das ist der erste Punkt. Der zweite ist Währung. Also, wenn ich die Währung bevorzuge, muss ich auch gucken, Vor- und Nachteile abwägen. Ich habe das eben schon mal ganz kurz angerissen. Ich habe gesagt, okay, ich muss mich entscheiden, handele ich Euro, S-Dollar oder handele ich Fundien? Euro, S-Dollar macht zwischen 80 und 120 Punkten am Tag. Fundien, der kann mal eben so in zwei Stunden mal 400 Punkte rennen. Heißt ja nicht umsonst. Das Biest. So, mit Spitznamen. Also, Vor- und Nachteile abwägen. Was will ich? Nächster Punkt, Indices. Immer noch das Gleiche, Vor- und Nachteile abwägen. Schnelle, volatile Märkte. Schnelle, volatile Märkte kann ich nur im 5-Minuten- oder im 1-Minuten-Chart handeln. Ich brauche schnelle, volatile Märkte, nicht im Monats-Chart scalpen. Das ist Quatsch, sondern ich muss ja mein Risiko gering halten. Ich bin immer so, ich will mein Risiko klein halten. Sehr überschaubar. Logischerweise brauche ich dann kurze Zeitabstände. Bevorzuge ich ruhige Märkte, die gleichmäßiger laufen. So bin ich. Ich bin die Ruhe in Person. Ich bin sehr ausgeglichen. Bin ich auch der Einzige, der die Meinung vertritt. Und ich bevorzuge aber ruhige und ausgeglichene Märkte. Ziele festlegen. Will ich überhaupt Ziele festlegen? Oder sei einfach, okay, ich suche mir eine Entree und lasse den Rest dann laufen. So wie der Unterschied, wer kennt den Unterschied zwischen Optimist und Pessimist? Sind alles Optimisten hier, ne? Der Pessimist nimmt einen Gürtel und Hosenträger und der Optimist sagt, wird schon irgendwo hängen bleiben. Genauso ist es hier. So, jetzt muss ich gucken, was will ich analysieren? Was will ich analysieren? Was will ich mit meiner Analyse überhaupt erreichen? Mache ich jetzt gerade eine Analyse, um zu gucken, um meine Analyse von vor zwei Jahren oder von vor einem Jahr zu überprüfen? Um zu gucken, war meine damalige Analyse richtig? Waren die Marken, die ich gemacht habe, die ich mir aufgeschrieben habe, waren die überhaupt richtig? Oder analysiere ich gerade zu dem Zweck, um der Doktor in die Zukunft zu gucken? Um mir eventuelle Wahrscheinlichkeiten rauszurechnen, was kann morgen in dem Markt passieren? Will ich Ziele aus einer Trendfortsetzung? Sind wir wieder beim Spiel ABCD. Bewegung A gleich Bewegung C. Habe ich eine ganz einfache Analyse. A habe ich. C hat gerade begonnen. Dann weiß ich, wo mein Ziel aus der Bewegung C ist. Das ist ein relativ einfaches Spiel. Wenn ich aber mal analysieren bin, muss ich die ganzen Begleiterscheinungen noch mitnehmen. Oder will ich eine Trendumkehr? Suche ich mir jetzt bestimmte Marken, weil ich sage, okay, Bewegung C läuft jetzt schon, um bei ABCD zu bleiben. C läuft jetzt schon. Da sind schon 30, 40 Prozent weg. Das heißt, wenn ich jetzt den Stopp da unten unter das Tief legen muss, dann habe ich noch 40 Prozent Stopp und 60 Prozent Ziel. Gut, ist noch ein CRV von 1,5 zu 1. Ist grenzwertig. Könnte ich vielleicht machen, aber scheiße. Will ich nicht. Ist mir jetzt zu heiß. Das Risiko für mein kleines Konto einfach zu groß. Die ESMA hat noch was zum Hebel dazu getan. Dass ich das eigentlich gar nicht load kann. Kann ich bloß noch mit 0,1 Lot irgendwie handeln. Macht keinen Spaß. Also analysiere ich Trendumkehr. Weil ich darauf spekuliere. Bewegung A gleich C. Trendumkehr. Muss ich gucken, wo ist eine Bewegung zu Ende. Weil nur da, wo eine Bewegung zu Ende ist, kann ich damit rechnen, dass wir auch eine Trendumkehr, auf jeden Fall eine Gegenbewegung haben. Oder suche ich Einstiege aus der Trendumkehr. Suche ich Ausstiege aus dem bestehenden Trend. Also Ziele aus der Trendumkehr. Handle ich die Bewegung C gerade mit, dann weiß ich, okay, ich muss meine Ziele dort realisieren. Weitere Grundlagen. Ich muss vorher wissen, in welcher Zeiteinheit will ich handeln. Ich stelle euch dieses Pamphlet hier, stelle ich euch gerne als PDF zur Verfügung. Nachher im Anschluss an dieses Webinar. Ich stelle euch das gerne als PDF zur Verfügung. Oder Nelson schickt es euch die nächsten zwei Tage. Das kriegen wir heute Abend nicht hin. Auch wenn ihr noch eine Mail von Nelson heute Abend kriegt. Aber das kriege ich jetzt nicht hin. Nicht wahr, Nelson? Ja. Und Nelson sitzt gerade angesteigt und liest gerade Fußballregeln. Richtig. Also, wenn ihr nichts dagegen habt und wenn Nelson mitspielt, dann könnt ihr in zwei Tagen noch eine Mail kriegen. Dann stelle ich euch diese PowerPoint, die wir jetzt hier gerade erstellt haben, als PDF zur Verfügung. Weil das, was ich euch hier gerade aufgelistet habe, damit solltet ihr euch zu Hause bei euch in stille Kämmerleine hinsetzen. Vielleicht eine Flipchart oder ein DIN A3-Blatt an die Wand hängen. Und genau diese Punkte aufschreiben, damit ihr wisst, wo ihr überhaupt hin wollt. Bevor ihr analysiert. Bevor ihr analysiert, müsst ihr genau diese Punkte hier erst mal durchgehen. Und dann die nächsten Punkte. In welcher Zeiteinheit will ich handeln? Ich brauche noch nicht im Stundenchart analysieren, wenn ich in einen Minuten handeln will. Ich brauche nicht im Monatschart analysieren, wenn ich scalpen will. Analysieren. Ich kann mir wohl aus dem Monatschart hoch, tiefst und bestimmte Marken ziehen, damit ich nicht mit meinem einen Minutenchart auf die Nase falle, weil da gerade ein dicker, fetter Widerstand aus dem Monatschart ist. Aber das mache ich einmal im Jahr, dann habe ich diese Marken. Was will ich überhaupt? Will ich kurzfristig, mittelfristig oder langfristig? Bin ich der Theoretiker oder bin ich der schnelle Analyst? Habe ich Spaß, so eine Analyse zu erstellen oder quält es mich eher? Ich selber, ich habe Spaß daran. Ich habe richtig Spaß daran, mir in kleinen Zeiteinheiten, von der kleinen Zeiteinheit zur großen, richtig durchzuarbeiten mit allen möglichen Mitteln, auf die wir nachher gleich kommen. Mit allen möglichen Mitteln, mich dorthin zu arbeiten, dann die Marken aufzuschreiben, wer mich kennt. Ich weiß hier, Günther, Roni und so weiter, die Leute, die bei uns in der Tredo-Woche waren, die kennen das. Die Marken, die ich mir erarbeite, die habe ich im Kopf. Da brauche ich nichts für. Ich kann blind auf dem Tablet während der Fahrt im Auto handeln, weil ich habe die Marken, die ich haben will, die habe ich im Kopf. Die Zielmarken auf jeden Fall. Weil ich habe sie mir selber erarbeitet. Da muss ich gucken, welchen Zeitraum will ich erfassen? Welchen Zeitraum muss ich erfassen? Als Beispiel, wir handeln im 1-Minuten-Chart. Wenn wir im 1-Minuten-Chart handeln, also will ich den 1-Minuten-Chart analysieren. Und ich muss den 5-Minuten-Chart analysieren, den übergeordneten Chart, damit ich mich mit meiner Zeiteinheit immer mit der Masse der nächsten Zeiteinheit bewege. Es nützt überhaupt nichts, wenn ich mir im 1-Minuten-Chart einen Einstieg suche, ein Setup erarbeite und handel dieses Setup und stelle mich damit volle Granate gegen den Daily. Volle Granate im Daily ist alles irgendwie auf Long gebürstet und ich handel im Stunden-Chart oder im 4-Stunden-Chart handel ich Short und wundere mich, dass ich laufend einen an den Becken kriege. Ich will ja mit der Masse gehen. Mit der Masse. Die, die Honecker noch kennen, die kennen das. Immer schön mit der Masse laufen. Welche Hilfsmittel will ich anwenden? Was will ich überhaupt anwenden? Bin ich eher ein Freund von Kanälen? Bin ich ein Kanalarbeiter? Bin ich eher ein Drahtseiltänzer? Benutze lieber Linien? Ich liebe Kanäle. Habe ich in Analyse mal erklärt oder in Analyse-Webinaren erklärt. Ich liebe mal Kanäle, so schön Leitplanken, links und rechts. Das ist genauso, wenn man mit 1,8 auf den Kessel nach Hause kommt. Da hat man links und rechts den Gartenzaun. Zwischen dem kann man schön hin und her pendeln. Gut, man guckt mal über den einen Gartenzaun drüber und gibt mal wieder ein Bier zurück zum Nachbarn oder so. Aber ansonsten hat man schön seine Leitplanken. Kanäle sind für Anfänger, aus meiner Sicht, wenn sie Bestand haben, sehr gute Leitplanken. Links und rechts. Und wir brauchen Leitplanken. Wenn ich mir über den Punkt klar bin, welche Hilfsmittel will ich anwenden, dann bin ich schon an dem Punkt, wo ich dann drüber nachgrübeln muss, welche Hilfsmittel kann ich denn anwenden? Was kann ich denn überhaupt? Es nützt doch überhaupt nichts, wenn ich Fibonacci benutzen will oder ein Ichimoku. Also bei mir hat es überhaupt keinen Sinn. Ich brauche mich mit Ichimoku nicht befassen, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, Ichimoku ist geil, ich bin einer der wenigen, der es überhaupt schreiben kann, also handel ich nach Ichimoku, wenn ich nicht weiß, wie das Scheißchen funktioniert. Ich brauche mich nicht mit Fibonacci befassen. Ich kann nicht sagen, du, ich ermittle meine Marken alle aus Fibonacci. Ich weiß aber gar nicht, wie Fibonacci funktioniert, weil ich kenne die Regeln überhaupt nicht. Ich kenne die wichtigsten Regeln. Das langt mir. Mehr brauche ich nicht für die Anwendung. Also muss ich gucken, welche Hilfsmittel will ich anwenden und welche Hilfsmittel kann ich anwenden, wollen und können. Ich glaube, das kennt jeder, der ja an der Börse unterwegs ist. Es gibt, glaube ich, 98% der Händler, die wollen ganz viel Geld verdienen. Und es gibt 5%, die verdienen auch Geld. Und genauso ist es hier auch. Ich muss sagen, das, was ich will, muss ich doch auch können. Und wenn ich es nicht kann, muss ich es lernen. Okay, also stelle ich mir die Frage, welche Hilfsmittel kann ich? Welche beherrsche ich? Welche kann ich anwenden? Was steckt hinter Trendlinien? Was steckt hinter Trendkanälen? Wie ist das Verhalten an Trendlinien? Wie ist das Verhalten an Trendkanälen? Warum werden die verletzt oder warum werden sie nicht verletzt? Warum bremst der Kurs da drüber? Ich habe doch meinen Tick Profit viel tiefer gesetzt. Warum bremst der 5 Punkte drüber? Was sind Flaggen? Ich kann nicht sagen, was eine Fahne ist. Oder ein Wimpel. Das ist das, was man morgens hat, wenn man abends vom Feferweizen getrunken hat und bloß 4 Stunden schlaft. Was ist ein Wimpel? Was ist eine Fahne? Was ist eine Flagge? Was ist ein Dreieck? Ich brauche, es nützt überhaupt nichts, wenn ich in irgendeinem Börsenbrief lese und sage, okay, wir haben jetzt eine schöne bullische Flagge. So. Wenn ich nicht weiß, was eine Flagge ist. Wenn ich nicht weiß, wie so eine Flagge funktioniert. Wenn ich überhaupt nicht weiß, wie, was kommt bei so einer Flagge raus. Wenn die jetzt entsteht. Ist ja schön. Ja, das ist eine Flagge. Ja, schön. Das ist ein Wimpel. Aber wie handele ich das Ding überhaupt? Wenn ich das nicht weiß, wenn ich das nicht kann, brauche ich gar nicht groß drüber nachdenken, schmeiße ich den Scheiß in die Ecke. So viel zu den Hilfsmitteln. Welche will ich anwenden? Welche kann ich anwenden? Ich weiß nicht, der Josef Ellis, glaube ich, hier, einer meiner relativ jungen Kunden. Also nicht vom Alter her gesehen. Da sage ich jetzt wieder, was willst du trinken? Ich habe selten jemanden so aktiv und so aufnahmefähig gesehen wie jemanden, der das dermaßen schnell umgesetzt hat, innerhalb von drei Monaten, die einfachen Sachen wirklich so anzuwenden, wie er die jetzt anwendet. Einfache Sachen auf die Basics konzentrieren und rauf da. Feuer mal, Janne. Wenn er nicht weiß, was eine Flagge ist, schmeißt das in die Ecke. Lässt er außer Acht, gibt er auch zu. Ich bin da genauso. Wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe, halte ich die Fresse. Was sind Kerzenformationen? Ja, richtig. Es gibt Kerzen, die sind unten breit und oben schmal. Die haben langen Docht. Es gibt ganz dicke. Es gibt Altarkerzen. Kerzen, es gibt Wachskerzen, es gibt Binnenwachskerzen. Nein. Hier, was sind Kerzenformationen? Welche Aussagekraft haben die überhaupt? Ich brauche mich nur mit Kerzenformationen befassen und brauche die auch nur handeln, wenn ich weiß, was da dahinter steckt. Was sagt mir diese Formation überhaupt? Welche kenne ich? Welche beherrsche ich? Welche treten am häufigsten auf? Und, und, und. Ihr seht, die Liste hier wird immer länger. Und da sind wir schon bei den Grundlagen. Ich höre da jetzt auch schon mal auf, weil ich könnte das jetzt mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen fortsetzen. Das sind die Grundlagen einer Analyse. Ich kenne die anderen Webinare nicht von Nelson oder von FX Flat zu einer technischen Analyse. Ich weiß nur, dass ich mir früher Webinare angeschaut habe, technische Analyse, wenn mir einer versucht hat, ein Ichimoku zu erklären. Oder eine Divergenz zu erklären. Saß ich da wie Max in der Sonne, aber ich konnte hinterher klug schnecken. Ich konnte ja ganz klug sagen, Divergenz, das ist das und das. Ja, ihr merkt schon, ich weiß es heute noch nicht, ne? Nein. Also, befasst euch damit, macht euch erstmal überhaupt einen Plan. Damit fängt für mich eine technische Analyse überhaupt an. Damit fängt mein Analysetag, wenn ich mich hinsetze, wenn ich mich mit der Börse überhaupt befasse und ich will analysieren, ist das der erste Schritt, den ich gehen muss. Was will ich? Wo will ich hin? Was will ich mit dem ganzen Quatsch, den ich jetzt die nächsten drei, vier, fünf, sechs Stunden mache? Was will ich damit überhaupt erreichen? Kann ich das überhaupt erreichen? Und dann bin ich an dem Punkt, ja bitte, sag gerade Danke für das Alter. Bitteschön, ich bin immer freundlich zu Österreicher, wie du weißt. Ja, nicht alle. Aber diese Umgebung Salzburg, alles gut. Welche Aussagekraft haben Sie? Das sind alles Sachen, womit ich mich befassen muss. Gucken wir uns das an, ein Dreieck, es nützt mir überhaupt nicht, wenn ich sehe, ey geil, guck mal, ich habe ein Dreieck erkannt. Super. Ja, und du? Was mache ich jetzt mit dem Dreieck? Schön, ich habe es erkannt. Ich schicke ganz frech eine Mail an meinen, ich sage mal, Begleiter. Ich mag den Begriff Coach nicht. Ich schicke jetzt ganz frech nach so einem Webinar, schicke jetzt eine Mail an meinen Begleiter, zeige dir ein Dreieck ein. Sag, guck mal hier, ich bin klug, ich habe das Dreieck erkannt. Ja, und du? Magst du in der Sonne? Was machst du jetzt mit dem Dreieck? Hast du aber schön gemacht. Papa hat gesagt, mal die Dreiecke schön in grün ein. Öh, grün kannst du. Nein, ich muss doch wissen, was mache ich damit überhaupt? Kanal. Was mache ich mit so einem Kanal? Was macht der überhaupt? Welche Aussagekraft hat der? Wie kann ich den überhaupt handeln? Was sind die Wirkungen? Was sind die Wechselwirkungen? Haben wir uns auf der ersten Folie vorhin angeguckt. Was sind die Wirkungen aus dem einen zu dem anderen? Was ist vielleicht die Kombination aus dem Kanal und dem Dreieck? Das ist aber schon fortgeschrieben. Nächster Punkt. Trendlinie. Es nützt doch überhaupt nichts, wenn ich da eine Trendlinie hin packe. Ups. Ganz kurz lesen. Die Aussage ist angekommen. Ich muss jetzt nicht mehr unbedingt in 1000 Variationen wiederholen werden. Okay. Joachim, kannst du so lange einen Kaffee holen. Da haben wir eine Trendlinie. Was macht eine Trendlinie überhaupt? Wie ist das Verhalten einer Trendlinie? Wie? Unser Motto läuft immer unter der Art und Weise. Was machen die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Und wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? Das ist das ganze Spiel, was ich will. Ich will mit den Mitteln, die ich benutze, wenn ich mir darüber im Klaren bin, die Mittel, die ich benutze, muss ich einfach wissen, was will ich damit erreichen? Und ich muss wissen, wie reagieren die anderen Händler? Wie gehen die anderen Händler damit um? Wenn ich weiß, Kanalhändler oder Trendlinienhändler benutzen das genau so. Wir sehen genau hier einen klassischen Fehlausbruch. Da haben die Stops gelegen. Also weiß ich genau, okay. Das ist, wenn ich hier aus einer Short-Position rausfliege, weil diese Nummer ist ja nun mal fallend hier. Ich suche mir immer Short-Einstiege an der Linie. Und selbst wenn ich hier mich da drunter Short 1 stoppen lasse oder hier genau in der Linie mit einer Limit Short abholen lasse und ich fliege da oben drüber raus und das Ding schließt sofort wieder unten drunter, weiß ich ganz genau, ich habe mich mit allen anderen Händlern genau auf einem Platz platziert. Kommt diese Umkehrformation, ich habe gerade an den Backen gekriegt, gehe ich direkt wieder rein, weil nach meiner Analyse, nach den Trendlinien, Schlusskurs habe ich wieder drunter, Schlusskurs da drunter, heißt die Trendlinie hat immer noch Bestand. Fibonacci, wir gehen die einfach mal durch, was ich für wichtig erachte. Dreiecke muss man sehen, Kanäle gibt es bestimmte Regeln für, Trendlinien gibt es bestimmte Regelwerke für. Fibonacci, habe ich vorhin ganz kurz drüber gesprochen, wenn ich nicht weiß, wie Fibonacci funktioniert, brauche ich Fibonacci auch nicht handeln. Widerstand, Unterstützung, das ist das heikelste Thema überhaupt. Was sind Widerstände, Unterstützung? Gut, Widerstand, kommen die nach oben nicht durch, Unterstützung, kommen die nach unten nicht durch. Das ist es aber nicht. Wie entstehen die überhaupt? In der Analyse, in der technischen Analyse, muss ich doch für mich herauspulen, was machen die Händler an einem Widerstand, was machen die Händler an einer Unterstützung. Das muss ich mir rausarbeiten. Das ist Analysieren. Rechtecke oder Range. Wie handele ich so ein Range-Verhalten? Wie nutze ich so eine Range? Egal, in welcher Zeitebene die ist. Ich kann mir zwar so eine Range einzeichnen, kann sagen, okay, coole Nummer, hab die Range entdeckt, aber ich muss mir das Verhalten danach da rauspulen. Wo will ich überhaupt hin? Wer uns jetzt zu langweilig ist, kann sich gerne einen Kaffee holen. Rechtecke zur Zielbestimmung. Ich kann die Rechtecke einmal benutzen, um mir genau so eine Range einzuzeichnen. Ich nehme die Rechtecke gerne zur Zielbestimmung. Nicht nur zur Zielbestimmung aus den Trendlinien, Bewegung A gleich Bewegung C, sondern ich nehme vor allen Dingen Rechtecke deswegen, weil ich dann auch das Zeitfenster mit abdecken kann. Dass ich weiß, okay, die Bewegung, wenn A gleich C ist, sollte die Bewegung C auch in dem gleichen Zeitfenster ablaufen. Die Bewegung A. Deswegen arbeite ich hier zum Beispiel mit Rechtecken. Ich reiße diese ganzen Themen hier nur an, um das am Rande zu sagen. Das ist eine Informationsveranstaltung aus meiner Sicht jedenfalls. Nelson kann mich gerne verbessern, wenn er das anders sieht. Aus meiner Sicht, das ist eine Informationsveranstaltung zur technischen Analyse. Wie gehen Leute, die professionell, ach nee, ich mag diesen Begriff nicht, die das regelmäßig machen und auch die mit ihren Marken gar nicht so schlecht liegen, wie gehen die an die Märkte ran und wie analysieren die überhaupt? Und das sind für mich heute die Grundlagen. Den Rest erfahrt er jetzt in zehn Minuten. Das ist jedenfalls mein Ziel heute Abend. EMAs. Wozu benutze ich EMAs? Welche EMAs benutze ich? Ich muss doch einfach nur gucken, welche EMAs benutzen welche Händlergruppe? Welche Händlergruppe nimmt den EMA 200? Welche Händlergruppe nimmt den EMA 50 oder den 55 oder den 21? Zur Sicherheit kann ich sie mir alle reinpacken. 21, 50, 55, kann ich 55 noch zur Wolke machen, 100er und 200er. Und den packe ich mir in fünf Minuten, in 30 Minuten, in Stunden und in Daily Chart. Und schon habe ich fünf EMAs in vier Zeitebenen oder fünf EMAs in fünf Zeitebenen, da habe ich schon mal 25 Linien, die ich berücksichtigen muss. Und da bin ich nur bei den EMAs. Was brauchen wir also? Und da sind wir genau an dem Punkt, was Anneliese macht. Wir brauchen Trendlinien, um einfach nur zu sehen, wie verhalten sich die anderen Händler. Wir brauchen Kanäle oder Trendkanäle. Wir brauchen eventuell Oszillatoren, EMAs. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Welche Oszillatoren, welche EMAs benutzen die anderen? Nicht, welche benutze ich, sondern welche benutzen die anderen? Figuren zur Bestimmung von Zielen und Bewegung. Welche Figuren beherrsche ich? Und wir brauchen Widerstände und Unterstützung, um die Marken als Ziele zu haben. Ich brauche mir nicht im Fünf-Minuten-Chart ein Ziel suchen, bei 1,1950, wenn aus dem Daily Chart 1,1935 irgendwo eine ganz harte Marke ist. Da brauche ich nicht zu wundern, wenn ich ihn an den Backen kriege. Das sind für mich Bestandteile einer Analyse. Fibonacci ist das A und O, ist für mich das wichtigste Werkzeug. Und wir brauchen eine saubere, aufgeräumte Plattform ohne Schnickschnack. Diese ganze Geschichte, die hat Analyse schon mal durchgearbeitet. Analyse hat dafür insgesamt zehn Webinare gemacht. hat da die Module Analyse 1 und 2 gemacht. Das heißt, wir sind die Grundlagen durchgegangen. Das ist jetzt nur für die, die es wirklich lernen wollen, die wirklich von der Picke auf an sehen wollen, wie analysiere ich überhaupt, wie bewege ich mich in der Analyse, was will ich überhaupt machen. Das heißt, Analyse 1 und 2 haben einmal die Grundlagen. Trendlinien, Trendkanäle, Widerstände, Unterstützung, Formationen wie Dreiecke, ETC, Range, Rechtecke zur Zielbestimmung, ABCD-Tool, Kerzenformationen sind wir angegangen, wir sind EMAs angegangen, welche machen Sinn, welche machen keinen Sinn. Trends, Trendbestimmung und verschachtelte Trends ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Auch wenn einer sagt, das sehe ich doch, der geht nach oben oder geht nach unten. Setzt euch mal hin, guckt euch Analyse mal an, das Thema Trend, das alleine umfasst drei Stunden, nicht weil ich so dusselig sabbel, sondern weil es wirklich so intensiv bearbeitet werden muss. Trends und Trendbestimmungen, verschachtelte Trends. Ich kann locker in einen Abwärtstrend, in einem gültigen Aufwärtstrend haben. Wie gehe ich damit um? Wie fasse ich das Ding überhaupt an? Fibonacci und sogar die Formation SKS und Inverse SKS. Diese ganze Geschichte gibt es mit Hausaufgaben und mit Nachbesprechung. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Seite jetzt überhaupt finde. Ich hoffe es jedenfalls. Weil diese ganze Geschichte, die haben wir schon vor über einem Jahr, haben wir angefangen, die abzuarbeiten. Und ich zeige es jetzt einfach mal unter Deine Produkte. Diese ganze Geschichte findet man dann unter Deine Produkte, Analyse, Webinare. Und dort findet man, wir haben am 28.10.2016 damit angefangen. Nelsen wird euch nachher eine Mail dazu rausschicken. So eine sogenannte Nachfass-Mail oder Dankes-Mail für eure Teilnahme hier. Dass ihr beim blöden Sabbel auch dazugehört habt ihr. Wir haben die ganzen Themen in Analyse 1 und Analyse 2 über verschiedene Abende aufgeteilt. Das heißt, wir haben Analyse-Webinare. Das ist Teil 1. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Teile mit der passenden PDF dazu. Wir haben alle Themen hier abgearbeitet. Und hier ist auch die PDF hochgeladen dazu, dass man die PowerPoint hat. Und die Aufzeichnung liegt dahinter. Da ist die Aufzeichnung, kann man sich dann angucken. Und hier ist die PowerPoint dazu und die dementsprechenden Aufzeichnungen. Und Analyse 2 ist genau das Gleiche. Da sind wir auch schon bei 1, 2, 3, 4, auch schon 5 Teile. Es sind 10 Teile, sind insgesamt irgendwie 15 oder 16 Stunden. Also ich behaupte mal geballte Theorie. So ist jedenfalls die Resonanz bei uns aus der Community, die das gemacht haben. Auch wenn der eine oder andere jetzt sagt, ich sehe keine Verkaufsveranstaltung. Nee, ist es nicht. Aber ich will versuchen, meine Blickwinkel oder meine Blicke durchsichtiger zu machen, wie man an so eine Märkte überhaupt rangeht. Und es euch einfacher macht, euch in dem Märkten zu bewegen. Diese Analyse 1 und Analyse 2 kosten normalerweise ein Hunni pro Session. Also Analyse 1 kostet 100 Euro, Analyse 2 kostet 100 Euro. Also in Absprache mit FX-Flat wollen die Jungs das gerne ein bisschen sponsern und wollen euch dabei unterstützen, vielleicht in der Analyse ein bisschen besser zu werden und steuern jedem aktiven Händler 25 Prozent dazu. Das heißt, Analyse 1 kostet 75 Euro und Analyse 2 kostet auch 75 Euro. Kannst du mir aber gerne verbessern, Fußballlehrling? Alles richtig. Alles richtig. Fußballlehrling. Das ist unglaublich. Ja. Also hier findet ihr danach, ihr könnt das gerne über unseren Shop, könnt ihr das gerne kaufen. Bup, wo haben wir es? Daupro, bup, 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 bup. Irgendwo ist doch Analyse. Analyse-Webinar, genau. Und wer Analyse-Webinar hat, dann kann auch Analyse 2 buchen. Analyse 2 alleine macht keinen Sinn. Analyse 2 kriegt man nur, wenn man Analyse 1 auch gebucht hat, weil da ist dann auch die Buchung Analyse 2, die kann man dann über diesen Account nachvollziehen. Diese ganze Geschichte machen wir noch bis 30.06. Und ihr könnt die Hausaufgaben, die dort hinterlegt sind, die sind dort zum Hochladen oder zum Runterladen, fürs Hochladen waren wir zuständig. Ihr könnt die euch runterladen, ihr könnt die Hausaufgaben bitte machen. Bescheißt euch bitte nicht selber. Es bringt überhaupt nichts, wenn ihr sagt, okay, ich laufe mir die Hausaufgaben mal runter, dann gucke ich mir die Auflösung an und dann mache ich die. Das ist wie in der Schule. Nee. Ich glaube, das ist ganz ratsam, sich die Hausaufgaben runterzuladen, die auch zu machen. Wenn ihr Hilfe dafür braucht, steht euch unser Support-Team sehr, sehr gerne zur Verfügung. Ihr könnt uns die Hausaufgaben auch schicken. Wir gucken dann gerne drüber und werten die auch aus. Und so viel dazu. Achso, dafür gab es ja einen Code. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo es den gab. Da. Das heißt, ihr könnt den ganzen Kram bei uns im Shop kaufen. Und ich füge hier mal in den Chat den Gutscheincode ein. Wenn ihr den anwendet, sind das genau 25%. Den füge ich mal da auch noch ein. So, zack. Wenn das okay ist, wenn nicht, muss es wieder löschen. Chefmoderator. Das sind genau die Geschichten, damit arbeiten wir und so arbeiten wir. Nur so bewege ich mich seit Jahren im Markt und das inzwischen hauptberuflich das zwölfte Jahr. Mehr Werkzeuge als die, die wir dort erklären, die wir dort aufführen, die wir dort genau in der Anwendung auseinanderpflücken. Mehr Werkzeuge brauchen wir nicht. Die Stunde, die ich angesetzt hatte von 18 bis 19 Uhr, ich hoffe, das ist für dich okay. Ihr FX-Less-Chef, mein Ziel war es, euch heute Abend einen Querschnitt zu verpassen oder euch einen Querschnitt offen zu legen. Wie gehe ich mit der ganzen Geschichte um? Wie analysiere ich überhaupt? Bevor ich mich an die schwierigen Kisten wage, muss ich die einfachen Sachen erstmal können. Es nützt nichts, wenn ich mir eine Rennmaschine kaufe und nicht mal Fahrrad fahren kann. Genauso ist es hier auch. Fangt bitte bei den Basics an. Und vielleicht will der ein oder andere ja auch bei uns sogar ein bisschen was lernen und sich vielleicht von uns sogar auf dem Weg begleiten lassen. Dann stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns auch über jeden Neuzugang. Und wenn ich das richtig sehe, glaube ich, haben wir beide Melsen schon am Donnerstag früh, wieviel? Genau. Live-Trading, ja. Ja. Wir haben am Donnerstag früh Live-Trading und ich werde mir Mühe geben, am Donnerstag früh, das, was ich euch jetzt hier schon mal grob im Querschnitt nur rüberfleddern konnte. Wie gesagt, wir haben das in 15 Unterrichtsstunden auseinandergepflückt. Das kann ich jetzt nicht in einer Stunde komprimieren. Die meisten verstehen mich sowieso nicht. Wenn ich sagen, komprimiere, dann erst recht nicht. Ich werde versuchen, einen Teil davon am Donnerstag früh in der Stunde oder anderthalb Stunden Live-Trading, die wir Donnerstag früh machen, werde ich die versuchen anzuwenden, damit ihr auch seht, wie wir damit umgehen. Sind dazu jetzt von eurer Seite Fragen? Da ist noch eine Frage offen von Carlos. Welcher Carlos? Haben wir da mehrere drin? Von 18.15 Uhr. 18.15 Uhr. 18.15 Uhr. Surferzeit, oder? Aha. Ja. Viele Trader sprechen davon, das Marktsentiment in die Analyse mit einzubziehen. Wie stark sollte man darauf Bezug nehmen? Das heißt ja, wer nur auf Chartanalyse einen Tret ausführt, der verliert. Ist das richtig? Ich sehe es anders. Ich mache es nur auf Chartanalyse. Nichts anderes. Also, wenn ich weiß, wir haben heute Morgen europäische Arbeitslosenzahlen um 10 und wir haben um 11 einen Index und wir haben um 13 Uhr Zinsentscheid und wir haben um 14 Uhr Non-Farm Payrolls, dann betrachte ich das für mich als Marktsegmente und lasse die Finger den Tag raus. Es sei denn, ich bin im Marktplatz, ich brauche bloß noch Stops nachziehen. Aber ansonsten spielt für mich alles andere ringsherum überhaupt keine Geige. Weil, man kann sich angucken, gerade bei den Non-Farm Payrolls, macht euch mal die Arbeit und guckt einfach mal zurück. Carlos, das habe ich in deinem Seminar auch mal erklärt. Guckt euch mal die Arbeitslosenzahlen an bei den Non-Farm Payrolls und guckt euch das Marktverhalten an. Guckt euch das Marktverhalten an, wenn die Zahlen gut waren und guckt euch das Marktverhalten an, wenn sie schlecht waren. Ich war immer der Meinung, gute Zahlen aus den USA macht einen starken US-Dollar. Wenn der US-Dollar stark ist, muss der Euro schwach werden, weil ich handel ja Euro-US-Dollar, also fallende Euro. Ich bin damit oft genug auf die Nase gegangen, aber die Erfahrung könnte er selber machen. Wenn er nämlich genau diese Art und Weise benutzt und das einfach mal analysiert, dann wird er merken, so eine Sache kann man getrost außer Acht lassen. Wagt hier noch einer irgendwas zu fragen? Noch haben sie die Möglichkeit. Etwa. Okay. Dann. Es scheint nichts mehr zu kommen. Dann hoffe ich, dass wir euch einen einigermaßen Querschnitt bringen konnten, einigermaßen Einblick geben konnten. Wie gesagt, die praktische Anwendung versuche ich am Donnerstag früh zu praktizieren, damit ihr auch seht, wie wir damit arbeiten, wie wir damit umgehen, wie es auch in der Praxis funktioniert. Und dann könnt ihr euch ransetzen und das analysieren könnt ihr dann alleine lernen. Und ich habe ausnahmsweise pünktlich angefangen, was ich sonst nie tue. Deswegen höre ich auch pünktlich auf. Wer später kommt, kann früher gehen. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergebracht. Wird auch ermittelt, wie VPS integriert wird. Definieren wir VPS. VPS. Sprichst du bitte Deutsch mit mir? Bitte. Ah, okay. Achso, was sind die Gründe, dass du hauptsächlich Euro-S-Dollar handelst? Das virtuelle Server hat ja mit einer Analyse nichts zu tun. Wie man einen virtuellen Server einrichtet, wie man den benutzt und so weiter. Dafür gibt es ein Webinar bei uns im YouTube-Kanal, wo es inzwischen, glaube ich, knapp 1000 Webinare gibt, die da hochgeladen sind. Da gibt es auch eins. Das ganze Theater nennt sich bei uns DAX-Stunde. Dort, die DAX-Stunden sind dafür da, solche Einweisungen irgendwo zu geben. Das hat aber hier mit der technischen Analyse nichts zu tun. Warum handelt es so überwiegend Euro-US-Dollar? Weil das für mich das Währungspaar ist, was sich am gleichmäßigsten bewegt und nicht so eine extremen Ausfälle hat. Guckt euch mal an, bei bestimmten Nachrichten oder bei bestimmten Situationen, welche Ausbrüche oder Fehlausbrüche und welche Auswirkungen das auf das Pfund-US-Dollar hat. Und wie gleichmäßig dagegen der Euro-US-Dollar läuft. Ich bin damit groß geworden. Nein, stimmt nicht. Groß geworden ist blöd, wenn man 1,72 ist. 1,73, Entschuldigung. Ich bin damit aufgewachsen, habe damit das Börsenspiel kennengelernt und das kenne ich einfach am besten. Ich kenne es zu bestimmten Zeitebenen. Auf bestimmten Zeitebenen oder zu bestimmten Zeitpunkten kann ich da am besten rauslesen, was sich wie verhält. Das ist, dann konzentriere ich mich auf 1, das ist wie bei den Frauen, konzentriert man sich auch am besten auf 1 und kommt mit der auch besser klar, als wenn man sich auf 5 konzentriert. Aber Fragen dazu könnt ihr jederzeit auch gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken. Wir versuchen, wie immer, binnen 24 Stunden zu beantworten. In Deutsch. Und da ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn Fragen sind, schickt sie einfach dahin. Dann würde ich Danke sagen an Nelson. Schön, dass du dir den Arm versaut hast. Hättest du heute Abend so schön Fußball gucken können. Ja, aber kriegst du jetzt zurück. Wie gesagt, wenn Fragen dazu sind, ich glaube, Nelson kennt die, unsere Serie Anneliese. Dann könnt ihr auch bei FXFET anrufen, könnt den Jungs Löcher im Bauch fragen. Holt euch einfach eine externe Meinung. Holt nicht meine, ob das gut ist, ob man das machen muss oder nicht. Wie sagt meine Frau immer so schön, frage nie einen Friseur, ob du einen Haarschnitt brauchst. Sondern frage den, der schon den Haarschnitt hat, ob der Friseur gut ist. Und genauso ist es hier. Frag einfach die Leute, die es kennen. Und dann kommt er damit viel weiter. Und damit will ich mich jetzt mal runter zu meinen Nachbarn begeben. Weil morgen früh muss ich wieder fit sein. Wenn wir live handeln. Wer übrigens mal dabei sein will, jetzt im Juni, kann es gerne eine Mail schicken. Der kriegt eine Einladung für die nächsten vier Wochen. Wenn wir jetzt im Juni sagen, es galten mit System. Aber welche Richtung der morgendliche Live-Handel findet in der Regel zweitermal die Woche. Morgens 7.45 Uhr statt. Wo die Märkte auseinanderpflücken und versuchen, unsere Punkte rauszukitzeln. Gäste, herzlich willkommen. Dazu einfach eine Mail an uns. Dafür sage ich danke an Nelson. Danke an FXFET und danke, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt heute Abend. Und sage in diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin moin, euer Thorsten. Bis übermorgen. Ja, super Thorsten. Wir danken dir für den Einblick. Und wenn Sie noch offene Fragen haben, dann sehr gerne auch den Donnerstag nutzen. Entsprechend dann die Fragen zu stellen. Ja, freue mich auf das Webinar am Donnerstag. Wird früh, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Position auf, wie immer. Und danke für die Teilnahme. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann sage ich auch tschüss. Und die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Bis dann. Tschüss. Alles klar, danke. Tschüss, tschüss. Moin moin. Bye. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020